Du hast 80% deines Sehvermögens verloren. Hast du schon mal durch eine dicke Milchklasscheibe geschaut? Genau so sehe ich die Welt. Das war immer mein Plan. Und nur wegen meiner scheiß Augen gebe ich denen nicht auf. Du bewirbst dich bei einem Fünf-Sterne-Hotel in München? Und du willst es verschweigen? Ja, geht ja nicht anders. Dann darf ich sie bei uns begrüßen. Du sollst mir die Hand schütteln und nicht die Brust. Also nochmal, Eingang, Drehtür. Dann 45 Grad links und noch 10 Schritte, bis du den Sofa hast. Wer kann erwarten? Mein Name ist Fried, ich bin der Personalleiter. Entschuldigung. Max Schröder. Hast du ihn gesehen? Der Knaller, oder? Schätze Sie als ehrlichen Menschen ein. Ich freue mich, Sie bei uns im Team begrüßen zu können. Keine Etwas gemerkt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, dass ich ganz normal sehen kann. Bei mir, Frühstück ist da. Guten Morgen. Schönen Morgen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch etwas brauchen. Wusste, lass irgendwas mit dir nicht stimmen. Siehst du also, bitte verrat keinen. Alter, ich weiß, du kannst es nicht. Aber du solltest sie jetzt mal sehen. Links, dann 6 Stufen. Sorry, 7 Stufen. Ich bin übrigens Sali. Ich bin Laura. Bist du neu hier? Ich habe gerade mit der Ausbildung angefangen. Was ist, wenn sie wahnsinnig hässlich ist? Außerdem kann sie gar nicht hässlich sein, wenn der stimmt. Es ist nicht für einfach, wenn die einfach die Wahrheit sei. Ich will kein erstes Date, wo ich den ganzen Abend über meine Blindheit spiele. Trinken wir da was. Fuck. Held, das ist! Die Ende des Drämmens! So I can waste my time with you.